um und die Gerichte durch hier das nicht auch heute kann der Zäune machen ja das war in zwölf Schilder aber ich kann kein Zorn machen aber das war ich liebe dich nicht du liebst mich nicht aber ich sehe sich er endlich jetzt ist es nicht vielleicht will ich kann sogar auch nicht als es ist voller Klassiker wer damit so das sollte man nicht weiter wie sie habe ich nicht hoch und dumm ist Held und Dummau mal mal meine die Tasse backen bis hin rum als und das bei einer Tastatur mehr für Schaden und er soll sich das nicht einfach gehen gut wenn ihr los wunderschön Krass was ist für den Weg gesehen natürlich nur was noch mal die Stützerde hier oben ab die Konsequenz war ihre Gruppen ja weil ich ja okay kommen die Gruppen in der Lassur das ein Gefängnis kann mit ein und ein IGL-Gefängnis er ist eine Seite das ist ein ein IGL-Gefängnis Christen ist wunderschön Gell? und du musst geh mal da rein ja ja warte ich ich muss hier gerade hier und so weißt du Bescheid geh mal da rein oh ja so hallo warte ich komme was macht ihr da ihr Bitches oh ja oh ja oh ja oh ey hey mach dir geh mal da weg Chris ja Chris machst du noch mal die Stützerde ab die Stützerde wie sie nennt die die Stützerde ja weil das Erde ist gestützt ja ich hab mal nicht probelt komm mal drunter komm mal drunter Chris komm mal drunter verdammt ich muss jetzt immer hier hoch und dann muss ich mal gucken verdammt ich ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha ich tisch 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 ich tisch tisch hier die Erde da oben Oha wie soll ich da herankommen ja bau dich mit Erde hoch ja dann gib immer Erde das ist so ein unsinniger das Essen ja rotenflash ja gib mal ich geh mal eben ernten da bekomme ich vielleicht mal ein Beinchen ähm äh ähm ähm in ne Kiste ist voll viel Weizen weißt du das und erhebungen ich gehe ganz gut zu fahren weil ich meine ohnehinne Wasserquelle brauche deshalb was soll ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aber das wird übrigens genau so ausgesprochen wir bekommen wahrscheinlich einen Track von der GEMA für den Copyright ja mit sich halt weil Lenny so detailgetreu singen kann genau so wird aber gesungen du Fisch ja aber dann deine Stimme hat sich mit sich halt nicht mehr Prozent Prozent übertreiben wir jetzt nicht es gab uns in der Stimme ja und er stirbt gleich aber es ist ein Traur aus so weit wie ich kann den Aussagen wenn er über das ist so verbrauchen ist ich glaube es nicht gut für dich du hast mich schon verstanden er will ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja nicht so wie Chris ich rauch nicht ja Chris hilft deswegen deswegen ist er ohne Witz ist er auch bei der hallo Lenny ich bin vorhin in dir aufgekommen wie geil das war hallo Lenny hallo 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 was hast du gemacht ich bin der Herr gelaufen und er ist auf mir aufgeklatscht quasi hat er gerade oder nie klatscht das ist was ich kenne hallo äh er hast du ein paar Sachen du hast noch ein paar Sachen von mir gib dir mal Spitzhack und sowas Anni der Wäscher vor der Liga was doch doch Brustpanzer muss so noch haben Brustpanzer Neuer Neuergebnis der Asyl anbohlen Eier die Schuhe da war auch keiner ist ja euer Eisner mehr ein bisschen nur ein bisschen ja aber er ist in dieser Sorge gestern und so form Niedelduf haben es doch eher so du bist an der Form ja ich habe aber ich habe aber bloß Holzer alles haben wir in die Wüste muss eigentlich alles vorhanden doch 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 alle ansonsten sich nicht haben will zu spielen heute auch mal in die Formen ich liebte ich war mal habe ich es jetzt oben abgebaut oder so um ein jetzt weiß ist so ein Mäßchen muss es auch mal auch mehr als die Fertig aber manche fertig kommt abwischen ja ohr gar mal nicht so feste in mein gesicht packen das tut sonst weh was willst du mit deiner Sichtgruppe also was er ganz weiß nicht man habe ich jetzt hier alles ja habe ich okay also auch nehmen mein fernseher will sich jetzt ausschalten das wäre ein bisschen schlecht das ist kein fernseher das ist ein bildschirm das ist ein hd-te-te-te-te-te das ist ein äh äh monitor und ein fernseher zugleich ja aber du benutzt ihn als bildschirm also es ist gerade kein fernseher ich lieb dich nicht du liebst mich nicht als monitor nicht als bildschirm bildschirm kann man beides sagen monitor auch fernsehmonitor bildschirmmonitor des fernsehens und des computers man hat es auch ev hd tv xl ich hab mal hd tv nur glaube das hat so ziemlich jeder ich nicht okay doch eigentlich schon ja ich wollte schon sagen bis vor einem jahr nicht, nur in eurem fernseher na gut also wenig ja Buben Chris muss das iglo hier so sein ja geil ja oh ja hat jemand einen wassereimer hier zum weißt du so Chris du du musst mal ein wasseriemer holen ja ich hab kein wasseriemer und warum hast du nur ähnliche wasserquelle ja dann ich hab kein eimer eisenkarte aus dem lagerraum nehmen das ist nur einmal der der braucht keinen mehr der cool wenn man das wasser in dem in den mond nehmen könnte dann ausspunkte wenn ich immer kurz zum iglo ich hab zum geboren das ist mir ja geil guckt das mal an oh ich will es ich will es auch sehen naja geil oder warte Chris ich mach mich unterwegs ich mach mich unterwegs sehr gut ja ich mach mich unterwegs sehr gut ja ich mach mich unterwegs ich mach mich auch unterwegs aha darf ich die Melonen hier unten abbauen ja ja wieso nicht äh Thorsten du hast jetzt ein bisschen Holz ähm ne ich hab schon was in die Kiste gelegt ach so war die vielen Heimsteig ist ein bisschen wenig ja komm ich werde ich noch ja komm ich werde ich noch in der Kiste muss er drin sein ne man wie wie soll die zwei Eingänge des der große zu sein hier ganz ehrlich denn hier ja ja aber ihr müsst ihr ja hier ja hier guck mal da der kann Chris wo ist der Iglo ähm Chris hast du zugemacht Lenni könntest du mal den zumachen hier ich hab' recht guck und ich glaub mir ist irgendwas oder was einer reicht hier das hab ich den Wasser immer vergessen hauptsache wir nur mitgenommen ähm ich wollte doch was machen ja genau Treppen wollte ich machen links sagst du Chris ja den linken Turm voll geil oder hast du schon gesehen Thorsteni ne ich hab das Bümsklo gesehen ja genau das ist es das ist die Klo ja 5 50 Kärle wasser die auch ist nur ist ja genau ja genau im Weg der Tauernstattung ja ich wollte ich weiß ich ich wollte den Block abbauen und da bist du gerade so genau reingekommen sagst ey opley Torsteni holz holz hey ich bin Knie eure Holzhuber ja jetzt holz du Mongo Kind ok 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 lauf Lenni waaah Lenni was ist genau mal gucken noch mal gucken wenn er noch ein solcher Mann Fackel einsetzen ganz drüber oben was hat er geschrieben was hat er geschrieben hat er neben gekrackt so ha 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 oh also das Klo werde ich da wohl nicht mehr benutzen wieso nicht weil ich in der Nacht hab geil ich liebe dich ich bin ich bin eine Ecke A A er könnte man sie mal machen aber wie soll das verstehen er kann alle bauen erst mal das macht genau ich muss es jetzt irgendwie mal so komisch als Leiter muss ich betrug gehen erwartet ja mal Chris wo wolltest du jetzt eigentlich bauen du weißt es nicht ich bin eigentlich zur Zeit nur am rumlaufen ja naja das merkt man zum Glück gar nicht hm n er ist okay ich muss ja mal etwas abreißen nein ich habe ein Prozent Privatzeug weil ich damit nichts hierher gekommen bin ich habe mein ganzes Privatzeug bei dir in die Kisten ne nicht bei dir ich habe eine versteckte Kiste bei dir gemacht und das habe ich nicht erinnert Ruhe bei uns oder bei dir ja ist auch okay kann sie machen aber ich habe kein Problem wir brauchen jetzt mal ganz schön ein bisschen Holz was wir brauchen jetzt mal echt ganz schön ein bisschen Holz weil man kommt gar nicht in die nächste Etage